Heute ist der erste Tag auf dem Traumschiff für Animateurin Maren. Alles ist heute neu und natürlich schrecklich ungewohnt. Wir begleiten die Hamburgerin diese Woche, die sich mit dem neuen Job ein Lebenstraum erfüllen will. Die Kabine ist auch schon bezogen. Es folgt der erste Arbeitstag mit vielen kreischenden Kids.